Hallo Wim, World Championships, Abel Dorn in der Home-Kruntie. Training startet gerade jetzt, ich sehe. Ja, ich mache ein paar extra Training. Ich sitze hier um 9 Uhr in der Morgen, also ich mache ein paar Stunden extra Training. Ja, das ist eine große Unterschiede. Ich war leid, ich hatte einen langen Frühstück, ich trainiere. Welche Räser sind die World's? Ich habe noch keine Ahnung, vielleicht nicht. Ich trainiere mich für nichts, aber es ist immer gut, etwas extra Training zu trainieren. Ja, das ist ein hartes Leben, aber zumindest hat er einige Kilogramm verloren. Er hat viel mehr Kilogramm verloren, aber jetzt sieht er wie ein realer Athletiker.